ja vollo ja sauber froschi mein kompletter pc ist gefriest das ging gar nichts mehr ja ich weiß nicht also 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 entweder liegt es an euch es liegt an teamspeak oder es liegt an fucking postscriptum ich habe jetzt die letzte woche kein postscriptum oder seit zwei wochen keins mehr gespielt und da ging alles ja wahrscheinlich gar nichts gar nichts merkwürdig sehr merkwürdig aber wir sind trotzdem ohne dich jetzt losgefahren ja das dachte ich mir schon dass die solidarität bei den westdeutschen das ist ja also ihr könnt nichts dafür das liegt wahrscheinlich das genetisch bedingt ja das denke halt schon genetisch wir haben den osten auch ganz lieb wir lagern da gerne unseren müll deswegen habt ihr die ganzen firmen aufgekauft und macht euch jetzt ein astro um so viele millionen ostdeutsche für ein wessi arbeiten ach quatsch oh ja das ist ein gegner von uns oh wirklich an der flak ja an der flak scheißegal ich fahre einfach durch ok kein schaden gemacht nix als ob ich unterdrückt werde in dem hans ja ich auch ich bin da ja immer weiter links ich kann die linke ecke noch nicht abhämen ja 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 alles gut jetzt gib ihm schön brennt noch einen in den turm geht ja warte ja 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 ich höre nix ja ja der ist schrott ja 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 ich glaube der hat tatsächlich Feuer schocken ganz sicher ja boah der soll aufhälen zu schickst hallo homo schöner patzer und hinter uns ja ja keinen schaden ich hab den hartfehler schieß einfach ich versuche zu fahren ich hab den ich hab den separ an euch schön schön wir haben den helm weg fliegen sehen da steht vor uns infanterie baller einfach seite ja ja fahr einfach weiter ja das glaube ich im graben gleich oh ja ui guck mal was fliegt da denn was war das ein bisschen rechts drehen nur millimetern ja ich hab das gut ja ja noch guck mal da ist noch ein truck oder was das ist panzer panzer südlich panzer markiert süd das können wir von hier noch nicht sehen entspannung was ist denn das heißt warte ich klär auf das ist scout car greyhound fährt jetzt bridge east rein fährt weiter richtung schrift kerk also links von uns und jetzt das ist es ist er auf in südöstlich von mir kommen näher jo, wieso fährt er jetzt nicht zurück? hier sind die Infanterie, achnung, wenn ihr pushen wollt ne Menge Panzer in Blickrichtung, 150 Meter, ich seh ihn aber nicht in Blickrichtung, aber ich seh ihn nicht da irgendwo? wo ist er hin? ja, guter Marker sei kein Frosch das ist ein Frosch Squad ist dieselbe Scheiße im grün es crasht halt nicht, aber das wars dann was haltet ihr von der Runde Command Conquer das ist die andere Frage nein, wir spielen diese Runde jetzt hier zu Ende, das wird top ach, da ich seh ihn, Panzer, ein bisschen vor, ein bisschen rechts ein bisschen rechts noch, ein bisschen rechts noch der ist da unten auf dem Weg, genau in 12 vor jetzt genau hinter dem Busch jetzt ja, der sieht uns schon ja, der sieht uns schon da wird schwer den ersten Schuss zu landen und stoppen, stoppen gib ihm schön Turm, 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 Turm ja, ja wir sind gerade da unten geboppelt abgeprallt ja schön toll hat der keinen Schützen oder was oh yeah hast du ihn fliegen sehen? nö, ich seh ich seh's ja nicht nicht so richtig wegen dem suchen, weißt du und er fährt zurück ja jetzt brennt er Feuer ist jo so okay nein nein der ist die Kürze ich glaub den haben wir noch da war ja spar, spar die Muni spar die Muni der ist weg da ist noch jedenfalls nicht da genau da war der nein kann ich weiter drehen ah egal, ich muss hier zurück der muss dort sein äh ich hab mich verschaltet scheiße 7 APC BCR wie viel lass ich noch? 7 und 6 und 8 APCR okidoki und es gibt noch eine Chance da fährt was rechts von uns ja und es ist noch Infanterie rechts 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 Infanterie ja warte 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 was fährt denn da? jo bis zum Teufel das hab ich ja noch nie gehört traktor? traktor? traktor oder so ach das ist der traktor lol ja da ist er hier warte 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 mach ihn platt bis rechts lol der hält der hält der hält halt weißt du mal aber Hauptsache er hält er hält aber nur einen Schuss aus heh heh zwischen dem 2 quasi brommel brommel vor uns irgendwo oh ok das ist hinter der Kirche hinter der Kirche ich weiß nicht ob er links ist links der Kirche rechts ne rechts 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 wo ich hinblicke quasi jo Ich weiß nicht, wo er lang will Ne, links, oder? Ja, links kommt ein Panzerkommandant Ne, der ist noch rechts Scheiße Ja, wir Ja, wir Vor uns der Panzerkommandant, direkt 12, hau ihn weg Der Kompi ist irgendwo noch links von uns, oder? Wir hören links Enemy farb on 19, 19 is enemy farb 50 Meter vor mir Infantil direkt bei uns Ich weiß, weswegen fahr ich 19 19 points Ja, wir sind bei uns dran Jetzt kommt er wahrscheinlich Ja, kannst du noch drehen? Ja, ich kann noch drehen Ich sehe ihn nicht Der muss links sein, eben Ja, das war's Zwei Sachen sind das Vor uns schießt auch noch was Aber wir gehen jetzt drauf, wir haben einen Motor und zwei Ketten runter Ja, ich steck aus Seid ihr umzingelt von Infantrie? Oh lol Komm, lass Er hatte Ich hoffe, dass wir Scheiße Ich mach die Engine Ja, ich mach hinten Lass eine Kette rein, mach die linke Ja, ich mach rein Geh rein, geh rein Ja, er schießt schon auf uns Was macht Kette drin Ja Ja, das war's Shit, der ist down Ja, das war's Ja, das war's Ja, das war's Ich geh weg Ja, Penta, he is on my mark Der Koppel Er ist auf dem Kumpel, Alter Komm, schieß ihn, mach ihn platt Oha Er schießt nicht Letzter dann Das war der Turmkranz Komm, hau ihn weg Steigt aus, ihr Säcke Ok, der Panther hat auch ein Problem Das Infanterie hat ein Panther Jetzt ist er mit down Ja, er hat den Berend Ja, der Berend Panther, rescue mission Oh Gott Gonna need support on point Help dem Panther Hier, Mike The squad is coming We'll cover you guys Oh lol Perf, was denn ein Ding gewesen? Perf, was denn ein Ding gewesen?